Reisen mit einem Caravan oder Wohnwagen erfreuen sich größter Beliebtheit. Damit dieser Urlaub zu einem unvergleichlichen Erlebnis wird, benötigt man das richtige Equipment. Die Caravan-Oase der Mittermeier & Carlos GmbH in Breitenfurt bei Wien bietet alles, was das reisefreudige Camperherz begehrt. Das Unternehmen im Biener Wald vermietet und verkauft sowohl neue als auch gebrauchte Wohnmobile und Wohnwagen aller Marken, Größen und Ausführungen. Selbstverständlich enthält die Angebotspalette der Caravan-Oase auch das passende Camping-Zubehör, damit auf Praktisches oder auch Luxuriöses nicht verzichtet werden muss. Darüber hinaus werden Reparaturen und Servicearbeiten sowie TÜV-Überprüfungen an sämtlichen Fahrzeugen vom einspurigen Fahrzeug bis zum 40-Tonner in der hauseigenen Werkstatt rasch und verantwortungsbewusst durchgeführt. Machen auch Sie Station in der Caravan-Oase der Mittermeier & Carlos GmbH und besuchen Sie den Caravan-Markt mit über 20.000 Artikeln. Weitere Infos gibt's unter www.caravan-oase.at